Ja, Shalom, ich bin's, der Göttliche. Wir haben, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie spät in der Nacht, 3 Uhr 19, 20, irgendwie so weit in der Kante. Ja, der Knacki ist noch wach, ne. Man, hier ist was los. Nein, alles gut, total stockenlüchtern, sitz bei einem Kaffee rum. Und ich hab ja ein bisschen Blutdruck und da kann ich nachts nicht immer schlafen. Meistens werd ich ja morgen schon wach. Ja, so soll's eigentlich auch sein. Aber ich hab wieder einen saugeilen Kommentar gekriegt, da will ich natürlich auch mal 2-3 Sachen so sagen, weil das ist total wichtig, ne. Sachen sagen ist wichtig. So, hier kommt der Kommentar. Knacki. Von 49 Minuten. Warum lässt du dir das, was in anderen Chats läuft, gefallen? Hüller, der Kasper, macht auch witzig. Federhandschuh werfen, Angelsachsen seitdem die Lickfels mit dem Rumziehen. Hat der echt ein großes Mundwerk. Gut, du hast dich in einem letzten Video mit dem Angelsachsen interessiert, aber ist auch scheiße, ja. Meistens ich ja den Federhandschuh. Ja, ich hab noch versucht, das Wort hinzubasteln, aber ich hab's natürlich nicht geschafft. Federhandschuh, 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 egal, Wurscht, Pumpe. Jedoch drehen einige momentan echt frei. Nur weil du dir momentan Ruhe gönnst, pissen einige echt rum. Die sollten sich, keine Ahnung was, ja, die sollten sich, die sollten sich, kam da noch was? Und, no, scheinbar, scheinbar nicht. Ich hab den Kommentar freigegeben. Ähm, ja, wie erklär ich's meinem Kinder am einfachsten? Das ist nämlich immer gar nicht so easy den Kindern, was zu erklären. Ich hab so viel zu tun mit Selbsterkenntnis, dass ich einfach gar keine Lust hab hier, mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Nerds aufzuhalten. So, ich hab ja in vielen meiner Videos schon ganz klar Position bezogen. Ich liebe alle Menschen. Ich liebe die Lickfels, Martin Hüller, Toni Mahony, Gottfried Feder, Dennis, den kleinen Hitlerjungen. Im Prinzip jeden auf seine Art und Weise auch nur so viel, wie sie verdient haben. So, die Konstellation, die hier momentan läuft, die ist sehr angenehm. Und, ähm, die Konstellation ist im Moment so ein bisschen, ja, die Bibibaba bösen Nazis hauen sich gegenseitig aufs Maul. Die Bibibaba-arische Fraktion ist vorm Zerspittern. Der Kollege aus Hannover, ähm, aus der Dampfer-Szene bekannt, ich der, ich bin der Martin, ne. Ähm, ja, Antisemit, er kann's endlich ausleben über sein Umfeld, ähm, ja, die beiden Lickfels. Und, ähm, ähm, mein ehemaliger, ja, Stab, wenn man so will, ist mir ja abhandengekommen. Allerdings, sagen wir mal so, der Verlust hat sich je noch nicht wirklich bemerkbar gemacht. Weil diese Leute jetzt, sagen wir mal, für mein Leben, als Freunde und Begleiter waren sie gut, wichtig, auch angenehm. Und, ähm, gibt auch keinen Grund, da irgendwelche Langzeitdebatten, ähm, zu führen. Bei uns stand immer als Motto, jeder kann kommen und gehen, wie er will. Und jeder kann auch machen, was er will, ne. Ich bin ja auch schon ein großer Junge, ich kann mir da auch schon ziemlich prima selber helfen, ne. So diese, ja, alles redet über ein Knacki, ne. Also wenn, wenn ich da bin, reden sie über mich und wenn ich nicht da bin, reden sie noch mehr über mich, ne. Und das ist so eigentlich eine, eine, eine hübsche Geschichte, die man auch so laufen lassen kann, ne. Ähm, ich lese, ich lese sehr viel. Ich bereite mich ja auf die Schlacht mit Gottfried Feder vor. Das ist für mich eigentlich sehr wichtig, weil das ist so ein, ein Endpunkt. Ich hoffe, dann habe ich immer meine Nazifobie auch so ein bisschen überwunden. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, der wird also nicht kommen, weil er schlägt und ergreifend keine Argumente hat, die er da entgegenhalten kann. Ich habe mir sein letztes Video angeguckt, die das mit Wording Goethe verwurstet hat. Um Gottes Willen, habe ich gedacht, äh, und gleich amerikanisiert das Ding. Viele, viele kleine Sachen sind da, ne. Ich habe ein paar Notizen gemacht, also auch, was so über den Tag passiert, damit ich es nicht vergesse. Ähm, ja, eine Frage wäre zum Beispiel gewesen, ich habe es leider, diese Videos werden ja leider gelöscht, während ich nicht da bin. Marc Steffens ist zur Tankstelle gepilgert und die Community hat irgendwie, ich habe gehört, die hätten gesammelt für ein Taxi, damit er, ja, seine Beute, Bier, nach Hause schleppen kann. Ähm, ist für mich dann wieder ein ulkiger Gedanke, auf der einen Seite, wie gesagt, ähm, Übergewicht, selber nichts geben außer 20 Euro, weil gerade mehr nicht in der Tasche ist, äh, die Kralle aufhalten, sich selber subventionieren lassen und gleichzeitig für einen Kältebus sammeln und das Geld anderer Leute verteilen, ne. Habe ich so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, ne. Ich verstehe da auch den, äh, Zabel und den Manu Böhnecke nicht, warum er nicht einfach sein Ding da in Ruhe durchmacht und sich, ähm, von Marc und von all den anderen Interessierten im Prinzip sein Publikum rüberbringen lässt. Ich habe da ja auch, ähm, ja, hieß es, ich glaube, bei EntenTalk oder irgendwo habe ich so ein, so ein Screen, ja, der Knacki hat da irgendwie ein Statement so abgegeben oder so ein Quatsch. Ne, im Gegenteil, ich finde das total gut. Ich finde diese Kältebus-Nummer extrem gut und, ja, ich hätte dazu unterstützt, ne, aber ich bin es so gewohnt, mal gefragt zu werden, ne. Da bin ich so ein bisschen eigen, ne, aber ich finde die Aktion mega gut. Ich frage mich halt nur, wird so ein Marc Steffens da, außer dass er auf der, ja, wieder mal auf dem Erfolg anderer Leute mitreiten will, um groß und berühmt zu werden, ähm, ja, in der Sache zu suchen hat, ne. Aber es sind auch, wie gesagt, nur so meine, meine persönlichen Kronen-Gedanken. Ähm, so, dann war, äh, Pisseimer Paule, hier unser, ja, Langzeit-Holocaust-Leugner, der war bei EntenTalk, weil ich also ganz überrascht habe, da auch ein bisschen Feuer gegeben. Weil ich verstehe überhaupt nicht, warum ente sich da mit so einem rassistischen, nationalen Schmierlapp wie dem, ähm, ja, Pisseimer Penner da hinsetzen, mal ganz im Ernst, ne. Also mittlerweile ist das Niveau, auf dem hier Gespräche geführt werden, absolut nicht mehr meins, ne, gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ich habe noch niemals mehr Bock, ähm, irgendwelchen Leuten durch dich was vor den Schädel zu hauen, einfach weil sie es nicht wert sind, ne, das ist so. Meine Erkenntnis ist, pfff, jeder sieht, dass die doof sind und, was soll ich dazu noch sagen, soll ich sagen, dass die doof sind, ne. So, das war die Sache. Ähm, ja, bei EntenTalk war ich dann relativ überrascht. Man hat mir dann 300 Sekunden verpasst. Es hieß immer, man soll Pisseimer Paul, dem nationalistischen, ja, arischen Vorbild-Drecksack vom Dienst irgendwelche Fragen stellen, habe ich dann gemacht und, ähm, ja, kriegst du da eine Sperre, ne. Weil die Fragen eben nicht genehm gewesen sind, ne. Das ist nämlich, äh, Zensur. Aber andersrum, wie gesagt, jeder auf seinem Kanal, wie er mag, ich bin da ja nicht mit verheiratet, mit diesen Brüdern, ne. Und ansonsten bin ich nach wie vor erstaunt, erschrocken, Pauline, äh, meine abtrünnige NWO-Schlampe, wird, äh, öffentlich, ich glaube, Fraktal heißt der, ähm, hier gemobbt und gestalkt. Und die Community unterscheidet hier nichtmals mehr zwischen Gut und Böse. Also hier wird eine Frau gemobbt und, äh, kommuniziert das auch ganz offen im Chat und keiner reagiert da drauf von euch komischen Pennern da draußen. Also, eine weitere Entwicklung, wo ich, wo ich sag, mach ich mir Gedanken drüber, ganz im Ernst. Also, äh, wenn dieses Volk unserer Zuseher nur noch aus dummen Menschen besteht, die also zwischen Gut und Böse nicht mehr unterscheiden können, oder, äh, per Kadavergehorsam einem bestimmten Lager zugeordnet werden, notfalls zwangsweise, wie bei Toni Mahoney oder so, und, ähm, da im Prinzip ihre Mission erfüllen, auf Knopfdruck, ne, auf Befehl von oben sozusagen, ne, wir hassen das System, aber das System Toni funktioniert, dann kann ich für mich sagen, mein Spielbild ist das hier nicht mehr. Ja, ne, also ich hab gerade von einer Stunde zwei noch hier den kleinen Hitlerjungen aus Berlin geguckt, Dennis Ingo Dippe, Ingo Sfutsch, ich war mal Student und ansonsten eine faule Sau und geh seit 13 Jahren nicht arbeiten, ähm, plärte wiederum über CZ, alle möglichen Leute, ähm, fahren dem übers Maul und der kleine Schwachsinnige ist nicht in der Lage, vielleicht auch nach außen mal zu kommunizieren, die Dame hat sich sogar mit einer einstweiligen Verfügung dagegen gewehrt, ständig thematisiert zu werden, und, ähm, ja, ihr als Community geht da mit, ne, verstehe ich da nicht, also ich verstehe auch nicht, warum ihr nicht einfach sagt, ich bin da mal weg, ne, ruf mich an, wenn du mit dieser Stocking-Nummer durch bist, also wie gesagt, Frauenwerke, ich meine, dass sich hier Leute an mir abarbeiten wollen, finde ich nach wie vor sympathisch, ich suche immer noch auf diesem Wege, ja, interessante Gesprächspartner, potente Gegner, Leute, die ein bisschen mehr eine Birne haben, wie mit einem Fake-Account irgendwelchen Unsinn zu verbreiten, für diese Leute will ich da sein, und für die ganzen anderen, naja, hält sich meine Begeisterung hier im Moment so ein klein bisschen in Grenzen, ne, ähm, ja, man mag es entschuldigen, das ist meine persönliche Entwicklung, ich bin gewohnt, selbst zu denken, selbst Entscheidungen zu treffen, und, äh, dabei bleibe ich auch, und toi, 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 solange das so gut funktioniert wie im Moment, kann ich da mich sehr, sehr zufrieden zurücklehnen, und, ja, das Herr der Schwachsinnigen weiter beobachten, ich habe so viel Videomaterial zwischendrin gesammelt, ich kann also irgendwie noch dreimal so eine Nazi-Pärenkiste aufbasteln, und das Ding vollpflastern mit diesem Schwachsinn, den diese Leute verbreiten, ihr seid das Volk, ihr seid die Menschen, ihr seid die Community, ihr sagt immer, ihr, ihr seid fair, ihr seid liberal, ihr seid, ja, ungebunden in eurer Meinung, ihr dann quittiert diese Sendungen mit den entsprechenden Kommentaren, oder Daumen rauf, runter, wie, wie gehabt, ich habe heute Abend wieder, äh, beim Durchzeppen gesehen, Dennis gibt mal wieder Kommando, Markus Talk, das zu disliken, also ich finde es, ähm, abartig, muss ich ehrlich sagen, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass da Leute auf Kommando loslatschen und das tatsächlich tun, aber andersrum, es zeigt immer, welch geistig Kind in der großen Masse hier leider scheinbar vorhanden ist, und mit diesen Idioten muss man einen Weg finden, umzugehen, und meinen habe ich gefunden, ne, ich mache hier mein Ding, und ob ich irgendwie von, ja, drittklassigen Stalkern thematisiert werde oder nicht, ne, geht mir ganz ehrlich richtig am Sack vorbei, das ist mir so, und ich bin so stolz, dass ich, ja, meine, meine Hangouts nüchter machen kann und mich nicht eben, ähm, erst Druck betanken muss, wobei ich auch zum Markt nochmal sagen möchte, das geht also nicht darum, dass ich hier irgendwelchen Druck aufbauen möchte, sondern es geht einfach darum, dass ich ein Fehlverhalten, was jeder sehen kann, und was in der normalen Gesellschaft hier draußen bei normalen Menschen nicht toleriert wird, das ist so, äh, und das thematisiere ich, und wenn jemand daraus seine Konsequenz sieht und einfach sagt, so, wenn ich meinetwegen Babydienst morgens habe, trinke ich abends nicht, dass mir die Lampe leuchtet, dann ist bei mir meine Welt schon wieder völlig in Ordnung, das geht nicht darum, dass man abends als dicker, großer Mann mit 150 Kilo nicht 3, 4, 5, 6 Liter Bier verträgt, also wer die verträgt, soll die trinken, aber der soll dann eben morgens auch anwesend im Geiste seinen Babydienst verrichten, ob er seinen Kindern zumuten will, das Frühstück halt von einem stark alkoholisierten Papa, der nach Bier riecht, täglich einzunehmen, muss er selbst entscheiden, mir ging es in dieser Problemstellung nur darum, das ist zweimal gelaufen, leider gehen diese Videos ja hier immer wieder im Netz unter, die werden dann nämlich gelöscht, wenn das Fehlverhalten wieder so groß gewesen ist, er hat selber also zweimal kommuniziert, dass er einen Firmenriss morgens um 6 hatte, also ich habe einmal mit dem irgendwie hier mal morgens gesessen und er sagte, er zu mir, er wüsste nicht, er wüsste noch, dass er nachts bei mir in der Sendung war, er wüsste aber nicht mehr, was er erzählt hat, das war die erste und ich sage, wieso, wir haben doch hier über zwei Stunden diskutiert und du hast doch Rede und Antwort gegeben, das heißt, der ist ja schon noch da, aber trotzdem fehlen dem ein paar Stunden und das kannst du nicht bringen aus meiner Sicht, also mein Verantwortungsbewusstsein würde sagen, wenn ich mich zwischen Vorbildfunktionen für meine Kinder und für meine Familie entscheiden müsste oder zwischen Bier, wird mir die Wahl überhaupt nicht schwer fallen, Hagebuttentee zu wählen, ist dann wieder mein Weg, aber ich bin dann ja wahrscheinlich auch ein etwas anderer Typ, so und das war der einzige Kritikpunkt, den ich mit dem Marc hatte und der ganze Rest, ob der da rumheult oder rumplärt oder mit seinem künstlichen Lachen oder jedem gefallen will, es zeigt seine Art, sein Wesen und ich habe es immer kommuniziert, das ist mir persönlich zu flutschig, ich bin mir sicher, Marc wird sein, wie ich finde, wird halt nur ein bisschen länger dauern wie bei anderen, er hat das gleiche Problem aus meiner Sicht wie Dennis, Freund-Feind-Erkennung kaputt und trotzdem bin ich ja hier nicht so das Richtschwert, nachdem hier alle handeln müssen, im Gegenteil, und ich finde es sehr gut, wenn Leute möglichst viel Unsinn verbreiten, damit möglichst viele andere sehen, wie dumm sie sind, also solange diese Spielregeln hier eingehalten werden und jeder sehen kann, wie blöd die sind, brauche ich ja keine Videos drüber machen. Und ich wurde, glaube ich, vorgestern von meiner internen Crew noch kritisiert, dass ich mittlerweile sehr, sehr wenig Biss hätte, ne, im Gegenteil, ich habe viel mehr, ein bisschen viel früher und ich habe etwas gelernt, was noch viel geiler ist. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit, in der richtigen Lautstärke und ansonsten gibt es Aktionen, Reaktionen und das funktioniert hier so grandios gut, ich müsste dumm sein, wenn ich es ändern würde. So sieht es aus, vielleicht gehe ich sogar gleich noch online, muss ich mal gucken, wenn ich da Bock drauf habe. Mike, die Kodiak, Kommentare eigentlich immer gut, auch immer ein bisschen tiefgängig. Okay, das ganze Internet, jetzt nochmal um auf den Hüller zurückzukommen, der Typ, den wir sehen, ist der Typ, den er uns zeigen will und der Typ, der er ist, den sollte man sich nicht anschauen. Und, ja, ist man enttäuscht? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich immer vermutet, dass da halt mehr drin unter der Haube schlummert, als gezeigt wird. Aber wo, wie gesagt, Antisemitismus und Hassreden sind in Deutschland ja auch nicht ganz so erlaubt. Deswegen ist, ja, Kollege Hüller ja auch sehr, sehr viel im Hintergrund aktiv und ich kenne die beiden Lickfels, also die lassen sich garantiert nicht braun anmalen und der Frühjahrs auch nicht, also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und Paco auch nicht. Das ist in Ordnung, die sollen den ganz machen. Macht doch Spaß. Immer feste drauf, alles super. So, das zieht die Gänge nicht so und ich hoffe, wie gesagt, ja, wer das da, macht dich rar. Ciao mit auch.